wie macht ihr das denn am feierabend eigentlich die displays beim i7 hinten zur bedienung von diversen merkmalen unter anderem vom liegestuhl marcel richtet sich den schon mal entspannt ein legt die füße hoch und genießt den 31,3 zoll großen display hinten mit einem schönen netflix film und er stellt sich die frage menschen